Es ist ein niedrig schwingendes System oder die Frequenz vom System ist eigentlich sehr, sehr niedrig und alle, die jetzt höher schwingen oder Bewusstseinserweiterung haben, das kann ja nicht mehr passen. Das wird auch nicht mehr so sein. Also ich kenne jetzt auch nicht genau den Plan, wie es genau laufen wird, aber entweder wird es eine Parallelgesellschaft geben oder es wird so sein, dass was übergestimmt wird. Aber aus etwas Kranken etwas irgendwie Gutes zu machen, das sehe ich halt auch nicht. Also es ist einfach tatsächlich auch eine energetische Frage und wie gesagt, da tut sich einiges und das ist nicht aufzuhalten aus meiner Sicht. Dann Namaste Bitch, heute an diesem wunderschönen Sonnentag gedreht und heute einen ganz besonderen Gast und zwar Florian, 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 das fängt schon perfekt an, aber wir nehmen das nicht nochmal auf. Florian Arnoldson, schön, dass du hier bist, heute den ganzen Weg aus Südafrika hierher gekommen. Ja, war ein Stückchen. Extra nur für den Podcast. Wie lange warst du unterwegs? Sechs Uhr aufgestanden, sechs Stunden unterwegs. Sehr geil. Auf jeden Fall. Cool, jetzt will ich erst mal fragen, damit die anderen Leute ein bisschen wissen, was du machst, was machst du eigentlich? Warum bist du, ich meine, das hat ja einen Grund, warum ich dich eingeladen habe. Ich finde, du bist sehr interessant mit dem, was du tust und was ist dein Job, was ist so ein bisschen dein beruflicher Werdegang? Kannst du kurz einen Background ein bisschen schildern, damit wir alle im Bilde sind, worum es heute geht? Ja, ich habe jahrelang für die dunkle Seide gearbeitet, also über zehn Jahre für die Deutsche Bank. Ja, einiges da mitbekommen, wie es da so funktioniert. Also komme aus dem Finanzwesen, wenn du so willst. Habe mich dann, also 2001, glaube ich, oder 2004 irgendwie selbstständig gemacht, also relativ früh schon für die Bank dann dementsprechend. Und dann auch für Versicherungen gearbeitet, mit einem Partner zusammen für Family Office, also vermögende Familien, Unternehmerfamilien. Und ja, konnte da natürlich ganz gut hin die Kulissen schauen und ja, auch noch im Immobilienbereich unterwegs gewesen. Und irgendwann war es dann so weit, dass man so ein bisschen geschnallt hat, wie es hier funktioniert. Und das war dann der Zeitpunkt, wo man gesagt hat, wir müssen hier raus. Und da sind wir ausgewandert. Also das sind schon vier, fünf Jahre jetzt her. Dementsprechend in Deutschland ist da nichts mehr vorhanden an Firmen. Und ja, Instagram war so ein bisschen ungewollt. Also ich hatte eigentlich nie Bock drauf und meine Frau ist da ein bisschen aktiv. Und wir haben dann mal einen Versuch gestartet, so über Immobilien da ein Profil aufzubauen. War aber überhaupt nicht meins. Aber als dann wir in Südafrika waren und das Land dann dafür herhalten sollte, dass Omikron am Start ist und so weiter, da ist mir dann so ein bisschen der Kragen geplatzt. Und ich habe ein Video gemacht, was eigentlich von meiner Familie gedacht war. So ein bisschen witzig eher, also zumindest mit meinem Humor. Und irgendjemand hat es dann weitergeleitet. Und am nächsten Morgen bin ich dann aufgewacht und da waren dann, keine Ahnung, ein paar 20.000 Follower da. Und Nachrichten. Und dann habe ich halt herausgefunden, dass das Video wohl jemand weitergeleitet hat und das irgendwie durch die Gegend gegangen ist. Und da ist dann so ein bisschen der Punkt gekommen, wo ich gemeint habe, wow, da ist ja Resonanz da. Also irgendwie die Leute vertrauen da einem mehr, der in Südafrika vor Ort ist, als hier, was im Fernsehen los ist. Und so ist das Ganze entstanden. Und dann halt ist man dabei geblieben. Geil. Also das heißt, eigentlich bin ich vollkommen durch mit dem Thema, aber vielleicht nochmal einen Beisatz dazu. Also in Südafrika hat man von Omikron wahrscheinlich nicht so viel mitgekriegt. Damals nicht und jetzt auch nicht. Jetzt ist ja wieder irgendeine Variante 5, 6, 7, irgendwas am Start. Und ich habe auch mit meinen Kontakten da jetzt vor Ort telefoniert. Ich war ja damals in den Krankenhäusern, um dann zu sagen, wo sind denn die Kinder? Und habe auch in dem Krankenhaus angerufen. Dann haben mich ja die Faktenchecker auseinandergenommen. Ach ja, tatsächlich. Wirklich? Werden die dpa oder? Nee, in Österreich, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Die Faktenchecker, diese Korrektiv-Bungs. Korrektiv raus. Korrektiv, genau. Spannend, ja. Und wie gesagt, da unten war alles entspannt. Jetzt sieht es ähnlich aus. Aber gut, man versucht es halt nochmal. Und ja, da unten war es einfach in der Zeit, wir waren jetzt neun Monate da. Überragend. Also es waren auch keine Maßnahmen in dem Sinne. Und wenn man dann aber zurückkommt und das erstmal von außen beobachtet hat und dann hier eintaucht, dann ist es nochmal eine Nummer härter auf jeden Fall, weil man kann es halt nicht greifen. Ja, klar. Und ja, das ist so die Kurzform. Ja, wenn wir schon mal im Thema sind, was hältst du für ein geiles Land, wo es vielleicht echt Sinn macht, sich auch für die Zukunft niederzulassen? Weil jetzt gerade, habe ich das Gefühl, sind viele Leute auf der Suche nach Ländern und nach Orten. Also alle fliehen oder nicht alle, aber viele fliehen aus Deutschland, fliehen aus den Ländern, in denen sie aufgewachsen sind, weil die halt viel zu krass bei dem Scheiß mitgemacht haben jetzt die letzten Jahre und auch jetzt noch mitmachen. Und ich meine, wenn man sich Deutschland anguckt, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass das unbedingt besser wird. Wir machen zwar jetzt mal, geben uns mal wieder ein paar Freiheiten zurück, aber wir wissen ja alles, was im Herbst passieren wird. Und ja, was in deiner Meinung? Also ich weiß halt auch, dass andere Länder tatsächlich falsch dargestellt werden in den Medien zum Beispiel. Ich weiß, bei Costa Rica war die Rede von, ja, die machen jetzt hier 1G. Ich habe einen Freund von mir, der lebt in Costa Rica mit seiner Familie, der hat gesagt so, ey, null, die machen das überhaupt nicht. Das sagen die, aber das machen die einfach nicht. Das ist einfach nicht existent so. Ja, also es war, ich war jetzt die letzten zwei Jahre Plandemie auf Bali, in Panama, Mexiko, Südafrika, Namibia und so weiter. Und es war halt immer exakt das Gegenteil von dem, was hier berichtet worden ist. Von daher ist es eigentlich gar nicht so schwer, sich ein Land zu suchen, weil so gefühlt alles außerhalb der EU oder außerhalb von Deutschland ist auf jeden Fall besser wie Deutschland momentan. Ist natürlich eine individuelle Sache. Ich habe jetzt, glaube ich, die letzten drei Monate über 1000 Telefonate geführt, weil da einfach Bedarf da war. Und du hast recht, es sind, also jeder Zweite spielt zumindest mit dem Gedanken, hier wegzugehen. Und ich finde es schwer, sich generell festzulegen. Wenn man Kinder hat, ist nochmal eine andere Nummer. Also ich finde es halt cool, wenn man einfach flexibel bleiben kann. Wenn man schauen kann, es wird niemals gleichzeitig überall auf der Erde Frieden oder Krieg oder gut oder schlecht sein, sondern es wird immer Möglichkeiten geben. Und auch das Reisen ist wesentlich entspannter, wie es halt dargestellt wird. Also teilweise halt ohne Maske, ohne Test, Nachprüfung oder sonstiges. Von daher bin ich ein Freund davon, sich nicht festzulegen. Weil hätten wir vor zwei Jahren in Bali, wo jeder gesagt hat, ja, investiert doch da und kauft ihr da eine Hütte oder sowas. Da war es 2020 cool über den Winter, da waren wir fast allein auf der Insel. Ein Jahr später war es da pornomäßig mit Impfpflicht und nicht reinkommen und so weiter. Also es kann sich halt auch schnell ändern. Prinzipiell sollte man halt in die Länder gehen, die vielleicht uninteressant für WHO und NATO und so weiter sind, wo man sagt, naja, ist vielleicht… Was wäre das so, Turkmenistan oder was? Ist auch dabei, ganz oben. Nein, also es gibt so eine Empfehlungsliste, die habe ich auch im Telegram-Kanal bei mir. Ich sage mal, wenn man unbedingt Deutschland nah bleiben will, was verständlich ist für die meisten, weil man sagt, man will vielleicht nochmal die Family besuchen und so weiter, dann sind so Sachen wie Albanien, was sich total sexy anhört oder auch Montenegro eine Möglichkeit. Das hat einige Hintergründe. Tansania, Namibia, Südafrika auf jeden Fall. Ach, Tansania ist auch immer noch cool, weil ich dachte, der Präsident wäre da gestorben worden. Der ist gestorben worden, aber es ist nach wie vor entspannt. Die Nachfolgerin hat zwar erst was angekündigt, aber ich habe da auch Kontakte. Und da ist Dave Brüsch, sagt ihr vielleicht was, der ist auch vor Ort, macht da auch quasi einen ähnlichen Job. Der musste vielleicht auch raus, wie auch immer. Und ich habe noch zwei, drei andere Kontakte. Also da ist es relativ entspannt. Freunde von mir waren jetzt in Ägypten, auch gar nichts. Viele, das ist halt so ein bisschen beschämt immer, wenn man im Ausland ist und man sieht dann jemanden mit einem Kaffeefilter, dann weiß man, wo er herkommt. Also dann sind es dann meistens die Einheimischen. Aber mit einem Kaffeefilter. Okay. Dann sind es die Deutschen. Und das ist halt echt. Und wenn man da mit Einheimischen spricht und wie die über unser Land reden, ja, das ist dann schon übel. Und dann kommst du hierher und dann fühlst du dich aber dann auch bestätigt, wo du sagst, das ist der Wahnsinn. Ja gut, wir haben es uns ja auch hart verdient. Das sieht so aus. Wir haben es uns hart verdient. Genau. Also das sind so Möglichkeiten. Oder wenn man Spanisch kann, Bolivien, Paraguay, Panama oder Nicaragua oder auch Costa Rica, Mexiko. Wobei ich gehört habe, in Panama haben sie tatsächlich eingeführt, als es gerade hochplanend war, dass irgendwie die verschiedenen Lockdown-Zeiten für Frauen und Männer hatten. Also zum Beispiel, dass Männer und Frauen zu getrennten Uhrzeiten auf die Straße durften und so was in Panama. Echt? Okay. Also ich war da, ich war in der City, da war jetzt… Okay, das ist dir nicht aufgefallen, dass nur Männer gerade unterwegs waren? Ich sag mal so, gut, manchmal weiß man es auch noch genau momentan, was was ist, aber ich sag mal, die Latinos sind da ja eh, sag ich mal, ein bisschen entspannter. Also die nehmen es dann nicht so ernst. Ah, schön. Und was arbeitest du jetzt? Was ist dein Job jetzt? Also weil du hast ja gesagt, du telefonierst jetzt halt mit vielen Leuten, bist dabei, mit vielen Leuten auch ein gewisses Ding zu assistieren. Was ist das, was du gerade eigentlich konkret machst? Das ist im Endeffekt, wenn du so willst, das ist eine ehrenamtliche Arbeit, so Telegram. Also es sind halt viele Fragen gekommen, da macht man mal eine Fragerunde oder auch im Telegram-Kanal ist halt totale Unsicherheit. Und ich sag mal so, mit einem Partner zusammen im Hintergrund, die Firmen, die da sind, das ist alles im grünen Bereich. Und es ist jetzt keine Arbeit, würde ich jetzt so sagen, sondern im Endeffekt telefoniere ich mit den Leuten, die da unsicher sind. Die stellen Fragen, eine Menge Fragen und inzwischen hat man wie so eine Art Checkliste erstellt, weil es sind ja oftmals dieselben Fragen, wo man sagt, okay, das ist eine Handlungsempfehlung für diese Zeit im finanziellen Bereich oder im rechtlichen Bereich oder auch das Thema Auswandern ist ein Thema. Und ja, so ist das irgendwie gewachsen. Also wie gesagt, war nie jetzt das Ziel irgendwie zu sagen, man macht jetzt da irgendwie Telefonservice. Aber die Leute haben halt echt viele Fragen und das Vertrauen in unsere Institutionen, die wir früher kannten. Also ich bin in den 80er groß geworden und machst einen Bausparvertrag, kehrst Samstag die Gasse, auf Deutsch gesagt, Lebensversicherung und alles ist gut. Das Thema haben wir ja nicht mehr. Die Leute vertrauen weder den Banken noch irgendwelchen Rechtsanwälten teilweise zu Recht oder auch dem Schulsystem nicht mehr, weil die gesehen haben, was die letzten zwei Jahre abgeht, was die Schulen auch mit den Kindern gemacht haben. Und es ist halt eine komplette Unruhe irgendwo da. Und da probiere ich zumindest mit den Leuten, die mich irgendwie cool finden, zu sagen, pass mal auf, ich würde es so und so machen. Ich bin da meistens aber so ein bisschen auf dem Worst-Case-Trip. Also wenn es nicht eintritt, war es nicht zu schlimm, zu viel Nudeln oder zu viel Edelmetall im Keller zu haben. Wenn es aber eintritt, also lieber so rum als anders. Also würdest du tatsächlich sagen, dass es schlau wäre, gerade in Edelmetalle reinzugehen? Ja, das heißt schlau, wenn man unter dem Investmentaspekt das sieht, kann das sein, dass es mit Sicherheit andere Möglichkeiten gibt, wo man, sag ich mal, irgendwie bessere Gewinne macht. Gut, jetzt haben wir ein schlechtes Beispiel mit Krypto momentan, aber sicherlich ist da Potenzial da. Aber wenn man unter dem reinen Absicherungsgedanken das momentan sieht, also wirklich nur Vermögenssicherung, kenne ich persönlich, ich bin froh, wenn mir jemand Bescheid gibt, keine Alternative. Weil alles, was du in fremde Hand gibst, also zur Versicherung, dann ist es Geld wert oder auch zur Bank, wo das Bankgeheimnis eigentlich seit 2015 faktisch aufgehoben ist durch die SAG-Gesetze, da bist du ja immer nur Verfügungsberechtigte. Das heißt, wenn jetzt jeder zur Bank gehen will und sagen würde, ich hätte gern mein Geld, kommst du gerne dran, die müssen das vorbestellen. Und ich betreue selber Bankvorstände aus Regionalbanken, die haben ihre Gelder vor anderthalb Jahren von ihrem eigenen Haus abgezogen. Das ist eine Bankrotterklärung. Und sagen ihren Kunden noch schön, ja, ja, mach mal den Sparplan für null Komma, leck mich am Arsch. Und haben aber die eigenen Gelder abgezogen und auch in Edelmetall investiert. Ach du Scheiße. Also das ist krass. Und das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt sollte man vielleicht das nach außen kommunizieren. Ich kann nur das sagen, was ich mache oder was meine Familie oder Freunde machen. Und da bleibt momentan nicht viel übrig. Kann sein, dass da auch Kursschwankungen gibt, aber ich habe es zumindest in der Eigenverantwortung. Und das ist ja auch ein wichtiger Punkt in der Zeit, dass wir in allen Bereichen wieder so mehr in die Eigenverantwortung kommen. Und ja, dann sprechen wir halt über Sachen wie, ich buddel mal ein Loch oder hab ein Tresor oder was auch immer. Weil sobald du es ins Depot gibst, meinetwegen auch in Freihandelszone, Schweiz und so weiter, hast du es nicht. Du hast ein verbrieftes Recht da drauf. Und dann, wenn es hart auf hart kommt, dann viel Spaß mit dem Recht. Aber wie gesagt, das ist so eher, ich bin da nah mit Ernst Wolf, so ein bisschen Szenario aufzumalen, es könnte übel werden. Aber mir ist lieber die Zeit so zu stehen und mich da in dem Bereich zurücklehnen zu können, als zu sagen, nee, mach mal den Coin oder geh auf jeden Fall in Aktien oder ETFs oder sowas. Haben wir ja gerade gesehen, wenn jetzt jemand Geld haben will und er hat in Bitcoin investiert oder in einen Coin, der hat ein Problem dann gerade. Und wie siehst du das? Ist das jetzt gerade, wenn wir schon beim Thema Aktien, Bitcoin und so sind, ist es gerade einfach nur temporäre, also sind wir schon an einem Tiefpunkt angelangt oder meinst du, es könnte echt nochmal richtig krachen? Ich meine, wissen tust du es nicht, kann es keiner. Aber hast du eine persönliche Prognose? Ja, also ich bin da ganz vorsichtig, weil alle, die damit komplett erfolgreich sind, also alle, ich habe noch keinen, wie gesagt, ich nehme gerne Anruf entgegen, keiner konnte mir genau erklären, warum das so bei ihm gekommen ist. Das ist immer so ein komisches Zeichen. Ich bin selbst investiert, brauchen wir gar nicht darüber reden. Ich bin auch weit davon weg ein Gegner oder sowas zu sein. Man ist ja momentan relativ schnell immer ein Gegner von etwas, wenn man was sagt. Aber es ist halt volatil und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass die, die da uns beherrschen, wie auch immer, in allen Bereichen uns ein Problem auferlegt haben und eine Lösung angeboten haben. Also sei es, oh Terroristen, scheiße, wir brauchen Krieg. Oh, wir haben eine Grippe, Corona, was auch immer, wir brauchen eine Spritze. Und jetzt ist halt relativ klar, dass in dem Bereich, wo es um die größte Umverteilung vom Vermögen geht, da werden die die Finger nicht rauslassen. Das heißt, da wird es genauso NGOs geben, da wird hinter irgendein Coin, wo wir denken, da ist irgendwie eine coole Institution dahinter, werden auch gewisse Mächte stehen, die da Interessen dran haben. Und da bin ich halt vorsichtig. Und da sage ich mal so, wenn ich dann halt, keine Ahnung, meine Thaler im Keller habe, dann muss einer erstmal an mir vorbei, wenn er sie haben will. Bei dem anderen muss irgendjemand auf den Knopf drücken und dann ist es auf der App irgendwie weniger. Und das meine ich damit. Also ich sage nicht, dass das ein schlechtes Investment ist, aber wenn es jetzt rein um die Vermögenssicherung geht, bin ich da oldschool halt. Aber gut, ich bin halt auch, wie gesagt, aus den 80ern. Das ist so der Punkt. So sehe ich das aktuell. Ob es noch weiter runter geht, keine Ahnung. Ich habe halt, wie gesagt, wenige gehabt, die es mir genau erklären können, warum er jetzt hoch und runter geht. Keiner eigentlich. Gut, Metall hat man halt in der Hand, wie du sagst. Und das wird halt immer wert sein. Es war eigentlich auch immer wertstabil über die längste Zeitperiode. Ja, der Markt ist auch manipuliert. Brauchen wir nicht drüber reden. Es gibt ja immer die Big Player, keine Ahnung, wir haben ja jetzt auch hier den Kollegen, der Twitter gekauft hat, der schreit irgendwas raus. Auf einmal reagieren die Märkte, ist schon irgendwie pervers auch. Wo man sagt, ey, was hat denn das noch rational irgendwie mit dem, wir haben jetzt auch in den Voraussetzungen, die wir haben, mit dem krassen Weltbild, immer noch gut laufende Märkte sozusagen eigentlich. Das passt einfach nicht. Wobei ich bei Twitter in dem Fall finde ich es sogar echt gut. Eigentlich bin ich dagegen, dass ein Typ so viel Macht hat. Aber in dem Fall finde ich es sehr, sehr gut, weil Elon ja schon eigentlich pro Free Speech ist. Bis jetzt habe ich den Eindruck gehabt. Und wenn die Linken bitterböse reagieren, dann ist das für mich immer ein Zeichen, dass was Gutes passiert ist. Also so Chugga, ja. So, yes. Man weiß es nicht genau, aber wie gesagt, zurück zu den Coins. Also gefühlt, es ist ja auch so ein bisschen vielleicht so ein energetischer Ansatz. Edelmetalle, das kommt aus von Mutter Erde. Also Gold, Silber. Ja, es gibt natürlich auch manche, unter welchen Voraussetzungen werden die geborgen, brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber mit dem Coin und wie gesagt, man drückt auf die App, man geht hoch, runter. Und früher war es so, in den 2000er, wenn mir die Reinigungskraftputzfrau sagt, ich soll Aktien kaufen, dann ist es ein Signal, wo ich sage, lieber raus. Und jetzt momentan höre ich halt überall, mach mal den Coin, den Coin. Jeder hat einen eigenen Coin gefühlt. Jo, wie gesagt, bin investiert, langfristig vielleicht auch in Ordnung, könnte aber auch was anderes dahinter stecken. Wie siehst du, wie siehst du das Szenario so für Deutschland, also es gibt ja immer wieder schon Forderungen auch, habe ich gesehen, von so, ich meine, die sind erstmal nicht so ernst zu nehmen, so Fridays for Future und so. Aber man kann daran schon ein bisschen so ein Stimmungsmesser ableiten, daran, was die linksgrüne Jugend und dann vielleicht auch später mal Basis dann fordert, wo sie halt von Enteignungen sprechen und so. Also siehst du das als eine reale Gefahr, dass sowas passieren könnte? Also real definitiv, weil die Gesetze sind ja schon gemacht. Echt? Was meinst du zum Beispiel? SRG-Gesetze zum Beispiel, wo das Bankgeheimnis aufgeweicht wird oder jetzt auch das Thema Neubewertung für die Immobilien und so weiter. Also das ist schon ein Trend zu erkennen, auch dass der Einlagensicherungsfonds bei 100.000, der kann, wenn du so willst, auf Bedarf auf Null runtergefahren werden. Und man muss halt immer überlegen, was war halt in der Vergangenheit, also Bankenkrise 2008, wer wurde wirklich zur Kasse gebeten? Im Endeffekt sind es immer dieselben, nämlich wir. Und dementsprechend, also ich sage mal so, ich kann es mir nicht vorstellen, dass diese Vorbereitungen der Gesetze und so weiter gemacht werden, ohne dass man die Absicht hat, die auch zu ziehen. Die wird man nicht in die Schublade legen lassen. Ob das wirklich so kommt, steht auf einem anderen Blatt. Aber dass es geplant ist, definitiv. Und was kann jetzt der Bürger hier in diesem Land zum Beispiel tun? Ich habe zum Beispiel einen riesen Bauchschmerz, riesige Bauchschmerzen bei dem Gedanken, dem deutschen Staat auch noch in irgendeiner Form irgendwie Steuern zu zahlen. Weil ich mir denke, okay, der investiert das einfach nur in Gratis-Make-up für Transgender-Elfjährige und in Unterricht für Elfjährige, die noch nicht glauben, dass sie noch nicht Transgender sind, und dass sie dann danach glauben, dass sie Transgender sind. Und dann noch, was weiß ich, ein paar Millionen, alle Kinder in der Ukraine zu Transgendern zu machen. So, um mal die ganze Agenda zusammenzufassen. Das war schon, ja. Und was können wir machen? Ja, was kann man machen, um sich steuerlich, selbst wenn man vielleicht noch in Deutschland, ist das überhaupt möglich, in Deutschland zu leben und sich steuerlich trotzdem ein bisschen aus dem Verkehr zu ziehen, ohne da wirklich auf eine, sag ich mal, die Illegalität abzurutschen? Ja, es ist eine Frage, wer angefangen hat mit illegal. Also wenn man die Geschichte der Steuer mal betrachtet, das hat ja irgendwann angefangen zu, keine Ahnung, England, irgendwie Königszeiten, wo er gesagt hat, wir machen mal einen Krieg. Die Reichen machen mit, weil den Versprechen belandet, dann können die ein bisschen Frankreich haben und wir finanzieren den Krieg. Und dann haben die gemeint, das klappt ja ganz gut, machen wir das doch mal mit einer Mittelschicht auch und dann mit den Armen auch, Thema Robin Hood und so weiter und so fort. So, das ist natürlich nicht in unseren Köpfen drin, weil wie gesagt, wir sind halt jetzt inkarniert in der Zeit irgendwie, haben uns sehr ausgesucht. Und natürlich ist es eine Frage der Eier, muss man ganz klar sagen. Also es gibt Grauzonen, Weißzonen, man kann das sicherlich auch regeln, aber die wenigsten haben ja das Hintergrundwissen, warum das so ist. Das Bewusstsein, das sehe ich jetzt auch ganz bei den vielen Telefonaten, zu sagen, ich sehe es nicht mehr ein. Das ist jetzt schon viel, viel stärker als die Jahre zuvor, wo die Leute vielleicht noch nicht so krass gemerkt haben, dass wir eigentlich verarscht werden. Also man muss ja schon sagen, durch die ganze Pandemie-Sache sind ja schon viele, da nehme ich mich mit ein, noch mal bereit oder bereiter gewesen, noch mal weiter hinter die Kulissen zu gucken. Und dann kommt man ja, wenn man das mal rückwärts verfolgt, geht man ja auf das Thema Flüchtlingskrise, dann kommt man auf Bankenkrise, dann kommt man auf Irakkrieg 2, 1, 11. September-Klassiker, Vietnamkrieg 1, 2, was auch immer, JFK, Titanic, 1. Zweiter Weltkrieg und irgendwann merkt man, jo, wir sind eigentlich überall verarscht worden. Also geschichtlich, im Gesundheitswesen und natürlich im Finanzwesen, im Steuerwesen auch. Jetzt ist halt die Frage, wie offen man hier auch sprechen kann, weil es gibt natürlich momentan auch, sag ich mal, krasse Maßnahmen. Ich meine, wir haben ja auch mal schon mal drüber gesprochen, dass vielleicht dann doch mal ein Brief kommt, wo man gesagt wird, naja, du bist jetzt hier eigentlich auf der falschen Seite. Du machst jetzt hier ein bisschen Anhetze oder so weiter und dann kommt es wieder auf das hier halt an. Dementsprechend, also es gibt die Möglichkeiten und die Bereitschaft, das nicht mehr so zu tragen wie früher, die ist da und die ist auch richtig so. Ja, also ich meine, es wurde ja auch angezeigt. Ich wollte jetzt nicht das ansprechen, wenn du jetzt sagst du... Nein, nein, das ist total okay, kam ja auch relativ flott, der Brief von der Staatsanwaltschaft. Ich habe gehört, das soll ungewöhnlich sein, weil normalerweise sollte eigentlich erstmal was von der Polizei kommen oder so. Aber in dem Fall war es wirklich direkt auch die Staatsanwaltschaft. Also, und das ist ja in der Zeit passiert. Ich habe dann mit ein paar Leuten telefoniert, also ich war nicht der Einzige, der den Brief bekommen hat. Ja, ja, aus der Szene komplett viele. Also ich habe einen Kumpel, Gio kennst du auch, der hat so einen Vollbart, also der sieht aus wie der Osmaner 1+. Der soll jetzt Reichsbürger werden. Da merkst du einfach, klar, da geht es aber auch so ein bisschen um das Thema Einschüchterung. Ich habe viele, die wahrhaftig sprechen, wenn du so willst, weil es geht um die Wahrhaftigkeit, die jetzt eingeschüchtert werden soll. Und das fängt im Kleinen halt an mit GEZ, die Leute akzeptieren es halt. Und wenn du akzeptierst oder nichts unternimmst, also schweigst, stimmst du zu. Das ist im Recht halt so, im Kommerzrecht und so weiter, du stimmst zu. Und deswegen, ich sage mal, ich bin ja schon jahrelang weg und in anderen Ländern wird, keine Ahnung, das Finanzamt angesehen wie bei uns eine Kfz-Zulassungsstelle. Da ist das nicht so dieses, oh, ich kriege einen Brief, oh, da ist ein Adler drauf, oh, ist nicht unterschrieben, macht nichts ungefähr. Aber die Leute gleich, ja, 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 bevor ich jetzt noch Stress kriege, ich drücke mal auf die Überweisung, oh, jetzt habe ich meine Ruhe, bis der nächste Scheiß kommt. Ein Kumpel von mir war mit mir in Südafrika, ein halbes Jahr, ungelogen, ich habe das Bild, muss ich dir mal schicken, der kam heim, hat mir ein Foto geschickt von den Briefen, die da waren. Das ist abartig. Also das sind, wenn du so willst, die neuen Waffen. Der hatte wirklich, hier die Couch war voller Briefe. Das macht keinen Spaß mehr. Und seitdem wir weg sind, ich kriege keine Briefe mehr. Namaste, Bitch, kurze Unterbrechung. Erstmal vielen, vielen Dank für den bisherigen Support. Und wenn ihr möchtet, dass wir hier weitermachen können mit dem Podcast, würden wir uns riesig über eine Spende freuen, damit die rechtsesoterische Desinformation auch weitergehen kann. Die Spendendaten, also Kontodaten sowie Paypal, blende ich jetzt hier unten ein. Kannst du in der Videobeschreibung nachlesen. Und falls du bei Spotify zuhörst, stehen sie auch in der Folgenbeschreibung. Und jetzt gönn dir weiterhin die Folge. Was wäre eine Möglichkeit, aus Deutschland abmelden unter anderem? Ja, also klar. Aber weiterhin in Deutschland leben, ist das möglich? Ja, es gibt natürlich Regeln mit 180 Tagen und so weiter und so fort. Es gibt viele Möglichkeiten. Das muss jeder wirklich individuell für sich entscheiden. Natürlich, das ist eine Sache des Bewusstseins. Du kannst jetzt nicht jemanden, der samstags noch die Straße kehrt und am besten die FFP 3000-Maske mit der Ukraine-Fahne drauf hat, den kannst du jetzt nicht erklären zu sagen, pass mal auf das mit Finanzamt, also das ist die Geschichte und probier es mal so. Das macht der nicht. Und so wie ich das gerade hier sehe, auf den Monddachspaziergängen wird es weniger, im Supermarkt bin ich erschrocken, was da noch rumläuft, wo ich dann sage, puh, und das ist das ein Signal nach oben, dass sie es mit uns machen können. Und diese Leute wird es immer geben. Und die, die dann sich, wie soll ich sagen, rechtlich zur Notwehr setzen, muss man schon fast sagen, klar werden die bekämpft. Die wollen es nicht nur, also es ist nicht nur so, dass sie es mit uns machen können, sondern ich habe das Gefühl, viele Leute wollen auch tatsächlich, dass man es mit ihnen macht. Es ist einfacher, die Verantwortung abzugeben. Ja, ja, also ich meine, wie du sagst, also diese Ukraine-FFP2-Maske im Supermarkt, also laufen wir hier in Berlin. Ein Tag hat das gedauert. Wir haben umgeschwenkt von Corona auf, es war ein Tag. Ich war da noch nicht hier, aber es war von einem Tag, alles klar, jetzt haben wir ein anderes Thema, weiter geht's. Deswegen sprechen wir im Endeffekt auch zu Leuten, die da schon ein bisschen ausgestiegen sind aus der Matrix oder zumindest das Vorhaben oder zumindest erkennen, dass sie da in einer gewissen Sache festhängen, aus der es vielleicht schlau ist, sich zu befreien. Also Auswandern ist natürlich eine Möglichkeit. Was ist mit jemandem, der jetzt hier wohnt und zum Beispiel, ja, einfach selbstständig ist und so. Also abmelden, würdest du sagen, wäre ein erster schlauer Schritt zum Beispiel? Klar, also es ist immer total individuell, muss man gucken. Okay, das heißt, da könnte man dich wahrscheinlich dann konsultieren, um einfach den Individualfall abzuklären. Also gerade was Unternehmer angeht, da gibt es, also ich sag mal so, um ganz offen zu sprechen, es gibt ja so Menschen wie unser Freund Elan, wie wir gerade gesagt haben, oder auch Amazon, die zahlen in Deutschland keinen Cent. Solange es diese großen Spieler gibt, wird es immer legale Möglichkeiten geben, solche Sachen zu umgehen. Und diese muss man, wenn man so will, einfach nur clever adaptieren und umsetzen. Auch mit der Begründung, weil wenn er es kann, kann man es genauso. Das hat nichts mit der Rechtsform zu tun oder dass man erst eine Milliarde verdienen muss, dass man das machen kann. Sondern es gibt, ich nenne es jetzt mal Schlupflöcher, obwohl es gar nicht der richtige Ausdruck ist, weil ich merke es ja gerade auch, wenn ich es ausspreche, wir haben immer noch so ein Geschmäckle dabei und sagen, ja, ist das dann Grauzone oder wie denken dann die anderen über mich? Aber es ist völlig normal. Also es gibt unzählige Beispiele, keine Ahnung, Cristiano Ronaldo, der versteuert nicht in England seine Werbeeinnahmen. Der hat in Madeira eine Firma sitzen, das ist ja auch in Ordnung. Das soll jeder auch so machen, aber dann alle. Und diese Möglichkeiten gibt es definitiv. Und gerade für Unternehmer gibt es unzählige Möglichkeiten. Egal, ob man sagt, man bleibt noch hier oder wirklich auswandert. Also ist aber individuell. Wer würde jetzt den Rahmen sprengen, weil da gibt es, sag ich mal, 15 Durchführungswege sozusagen, wie man das clever gestalten kann. Und aus meiner Sicht sollte man das auch tun. Ja, das heißt, so ein Elon Musk oder so ein Jeff Bezos, der hat dann höchstwahrscheinlich seine Firma irgendwo. Die Stiftung. Ja, also Firmen haben die auch ohne Ende, aber ich würde mich wundern, ich habe jetzt die zwei jetzt nicht komplett durchleuchtet, wenn die auf ihren privaten Namen viel offizielles Vermögen haben, würde ich mich wundern. Also meistens ist das über Stiftungen oder Vereine oder sonstiges abgebildet oder über Holdingstrukturen oder sonstiges. Und das sind tatsächlich auch Sachen, die ein Otto-Normalverbraucher imitieren kann? Ja, nicht in der Größenordnung. Aber wie gesagt, es ist sehr individuell, aber grundsätzlich, klar, logisch geht es. Bei vielen ist es aber so, wenn die dann halt schon hören, weil sie halt auch in Deutschland mit dem Steuerberater zusammenarbeiten. Der Begriff Steuerberater ist fehl am Platz. Das ist ein Buchhalter. Weil ein Steuerberater, der arbeitet für beide Seiten. Du glaubst doch nicht, wenn ein Steuerberater wirklich das Optimale für ein Unternehmen rausholt, dass der dann noch groß in der Kamera da gern gesehen ist. So, das bedeutet, du brauchst eigentlich einen Unternehmensberater und einen Buchhalter natürlich. Klar, weil wir müssen den Kram hier machen. Aber wie gesagt, in anderen Ländern wird es finanziell angesehen, wie, ja, muss halt gemacht werden, so nach dem Motto. Aber hier in Deutschland wird das halt total groß gefahren, weil man hier alles rauspressen will, was geht. Also unser Kollateral, unsere Arbeitskraft, die muss, wenn du so willst, finanzieren wir die EU. Und das ist so gewollt, dass wir hier schön ausgepresst werden. Und deswegen, viele sagen auch, ja, ich habe auf YouTube Alex Flischer gesehen und keine Ahnung, der in Deutschland drei, vier GmbHs, das ist in Ordnung. Aber du bist immer noch in dem Rahmen BERD oder BERID. Du bist so lange da, du in dem Rahmen denkst und bleibst und so, das kann nur ein Steuerberater machen. Ist auch gar kein Vorwurf. Die machen sicherlich auch ihren guten Job, aber die können halt nur in Deutschland beraten. Und aus meiner Sicht sollte man das Ganze ein bisschen globaler sehen und kann sich dementsprechend auch so aufstellen. Geil, das heißt, man kann sich tatsächlich so aufstellen, dass man zum Beispiel wirklich seine Firma in einem anderen Land hat zum Beispiel. Aber man kann trotzdem hier in Deutschland bleiben. Ich sage jetzt mal Jein. Also es kommt, wie gesagt, individuell drauf an. Aber es gibt gewisse Regeln. Und ich sage mal, es gibt gewisse, sage ich mal, in der Praxis sieht es halt anders aus. Genauso wie, wenn du nach Südafrika fliegst, musst du achtmal geboostert sein. Du brauchst vier Masken übereinander und du musst dann auch 19 Tage in Quarantäne. Nein, genau, das meine ich. Aber das wird dann hier, guckst du auf die Seite in Deutschland, Auswärtiges Amt, da habe ich schon keinen Bock, da hinzufliegen. Wenn man weiß, wie es funktioniert, ist es halt nicht so. Also da gab es keine Quarantäne, da gibt es keine Maskenpflicht in dem Sinne. Also es ist immer, wie gesagt, traue niemanden, du musst immer alles hinterfragen. Und auch in dem Bereich gibt es halt sehr viele Möglichkeiten auf jeden Fall. Ja, es ist wie Madeira. Ach, Quatsch, Madeira. Jetzt hat es mich gerade beeinflusst, was du vorhin gesagt hast. Costa Rica. Also ich kenne halt so viele Leute, die da sagen, du kriegst nichts davon mit. Und hier überall, ja, da ist 1G und total streng und so. Du kannst nicht mal mehr in Hotels rein. Und jeder, der dann wirklich vor Ort, und das ist generell, das war so eine Sache, die generell meinen Matrix gesprengt hat. Ich habe das Gefühl, wenn du in einem Bereich dich auskennst, ja, wirklich nur in einem Bereich. Und dann irgendwann musst du mal drauf warten, bis in den Mainstream-Medien über genau diesen Bereich, in dem du dich auskennst, gesprochen wird. Und du merkst, Moment mal, das ist alles Bullshit. Und dann denke ich mir, das passiert wahrscheinlich wirklich in jedem Bereich. Also nicht nur in dem Bereich, in dem du dich auskennst, sondern wirklich dann plötzlich auch in jedem anderen Bereich. So, ich habe gemerkt, ich weiß noch, ich bin in so einer, ich bin in so einer, in so einer spirituellen Sache drin, ja. Und es gibt bestimmt Leute, die würden sagen, es ist eine Sekte und so, ja. Und die haben, da hat eine christliche, die evangelische Kirche auf einer ihrer Webseiten von irgendeiner evangelischen Kirchengemeinde, die haben wirklich gesagt, also weil in dieser Sekte reden die auch oft von Heilungen, die passieren, ja, dass Leute wieder gesund werden, dass sie geheilt werden und so. Und die sagen wirklich, von der evangelischen Kirche, ja, dass diese Heilung, das ist überhaupt nicht möglich, weil das ist wissenschaftlich gar nicht nachvollziehbar. Wo ich mir denke, yo, bro, euer Jesus, euer, ich weiß nicht, der ist über Wasser, ihr habt gesagt, der läuft über Wasser und so einen Scheiß. Ja, also wenn ihr mir schon dann mit dem Argument kommt, das ist wissenschaftlich nachvollziehbar, dass da irgendwelche Heilungen passiert sind, wer seid dann, wer seid dann ihr? Und dann ist mir klar geworden, egal in welchem Bereich du guckst, du musst nur irgendwo hin sein, du wirst eigentlich überall verarscht. Einfach überall. Meistens so, dass du ungefähr 180 Grad drehen musst, satanische Umkehr, und dann bist du einländernd bei der Wahrheit, das ist krank. Jeder hat ja so, sag ich mal, so einen Aufwach-Moment vielleicht gehabt, viele waren halt 11. September oder wie auch immer, aber es ist auch eine Frage des Zeitpunktes, ob du auch offen dafür bist, wenn du jetzt als Beispiel, keine Ahnung, von 8 bis 18 Uhr rackern musst, damit du über die Runden kommst, du hast ja gar keine Zeit dafür, dir so die Gedanken zu machen, deswegen war ja Corona eigentlich so geil, weil alle waren angeschlossen und jeder hatte mal die Möglichkeit, die Zeit zu nutzen sozusagen. Und dann zu schauen und sagen, wow, also hier passt was nicht und jetzt gehe ich mal, wie ein Domino-Effekt, ich gehe jetzt mal weiter in die Richtung. Und wie du schon sagst, das ist in allen Bereichen so. Das ist halt so unvorstellbar einfach. Glaubst du, das wird kommen, dass sie hier sowas wie so ein China-Imitat machen, weil wenn man sich das mal so anguckt, was sie gerade so an Gesetzen und auch an technischen Möglichkeiten immer mehr verfolgen, sieht es danach aus, oder? Ja, also auf wirtschaftlicher Ebene ist ja schon da. Also es gibt das ESG, das ist so wie Social Credit System in China. Also du hast ein Unternehmen, musst du dir vorstellen, egal jetzt was und dann hast du früher bei der Bank Kredite aufgenommen, hast ein gutes Scoring, hast genügend Eigenkapital, alles läuft. Und jetzt wird dieses ESG drüber gestülpt und es wird gesagt, ja, also pass auf, wir haben jetzt 72 Geschlechter, du brauchst jetzt 72 verschiedene Toiletten, dann wirst du bei uns im Scoring steigen. Und das hat dann nichts mehr, das heißt, das bedeutet, vorher warst du bei der Bank der beste Freund, alles gut und jetzt wird ein Mantel drüber gelegt, also wie so eine Schablone, wo es halt um grüne Geschichten geht. Ich sage immer, das ist die grüne Hölle, also du musst CO2-freundlich sein, wie gesagt, genderfreundlich oder hast die Corona-Maßnahmen gut umgesetzt, braver Bürger, braves Unternehmen, jetzt darfst du bei uns weitermachen. Und für manche ist das einfach ein K.O.-Kriterium, das ist nicht umsetzbar. Und das ist ja schon da im wirtschaftlichen Bereich, im Hintergrund, ISO 2, 122 heißt es dann oder ESG, das ist am Kommen. Was ist das ESG? Das habe ich nicht ganz verstanden. Ja, das, was ich gerade gesagt habe, also im Endeffekt so eine Vorgabe für Unternehmer oder für Unternehmen, die müssen, ich sage jetzt mal, grüner werden, also in allen Bereichen. Und dann sind das gute Unternehmen und dann kriegen die auch weiter Fördermittel, es wird dann gewisse Sachen gefördert, die Sinn machen oder auch gar keinen Sinn machen. Ach, tatsächlich, das haben wir ja auch bei der Kulturförderung schon, wenn ich mir angucke, wer so alles Kulturförderung bekommen hat und wer nicht, das ist eigentlich auch ein ganz klarer Trend. Es wird halt gelenkt dadurch. Und das ist ein Punkt, da wird es als Unternehmer oder auch Häuschenbesitzer, soll es halt, sage ich mal, so unangenehm wie möglich gemacht werden, damit die sich alles unter den Nagel reißen können. Ob das dann jetzt auch im Privaten kommt, wir haben es natürlich jetzt in Bologna schon gesehen und auch in Bayern ist das erste Experiment mit den, sage ich mal, guter Bürger, schlechter Bürger, wo die Leute halt wie so einen Bonus bekommen, wenn sie viel E-Fahrrad fahren oder E-Bike. Und dann können sie, ja, ist in Bologna schon am Laufen. Muss ich dir mal ein Video zuschicken, hatte ich das letztens im Telegram-Kanal bei mir auch. Und das ist in Bayern jetzt auch schon vorgesehen, natürlich als Testphase. Die wird natürlich super ausfallen, die Testphase, wo man sagt, wow, also das Feedback hätten wir nicht erwartet. Also ich glaube, wir müssen das ausweiten. Das ist der Plan. Natürlich im Hintergrund, du weißt, ich vergleiche es immer wie ein Spiel Madrid gegen Barcelona im Fußball, wenn man noch Fußball gucken will, ich kann das nicht mehr, weil da sind auch viele Helden gefallen. Wo man sagt, naja, es sind halt zwei, im Hintergrund zwei Mächte, die irgendwo gut böse, kann man vielleicht sagen, gegeneinander spielen. Wer weiß, ob es so kommt, aber geplant ist es ja. Das heißt, letzten Endes ist es eigentlich gerade jetzt nochmal wichtig, die Zeit auch vielleicht irgendwie zu nutzen, wirklich zu schauen, wie stelle ich mich auf für die Zukunft, um dann nicht irgendwie plötzlich einen bösen Traum aufzuwachen. Gut, der ist ja schon längst da, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es auf jeden Fall noch beschissener wird, wenn man halt schaut, woran die arbeiten. Ja, und wenn sie es vielleicht auf Unternehmensebene schon anfangen durchzuführen, dann wird es halt echt irgendwann hier jedes Mal ein Analabstrich, bevor du hier ins Einkaufszentrum eingehst und irgendwie, wenn es rauskommt, dass du Steak gegessen hast, dann bist du durch. Ja, das heißt, letzten Endes konkret, um sich wirklich immer abhängiger zu machen, vielleicht vom deutschen Staat, könnte man überlegen, okay, entweder ich wandere aus und wenn ich hier bleiben möchte, wie stelle ich meine Unternehmensstruktur auf? Ja, falls ich Kinder habe, schicke ich die in die Schule oder mache ich Homeschooling? Fängt ja schon an mit dem Thema Masernimpfung oder auch Schulpflicht in Deutschland. In anderen Ländern ist es so, Homeschooling ist gesetzlich verankert, also kein Problem. Und das Problem ist ja schon, dass jetzt gerade die jungen Generationen, da fängt es ja schon an, im Endeffekt kommen die in den Kindergarten, dann ist es nicht böse gemeint, aber dann ist meistens halt der Entzug von der Mutter schon da. Ja, dann sind die, die Kindergärtnerinnen werden oder Lehrer, kannst du ja mal zu 90 Prozent gucken, wer das ist. Ja, kannst du ja angucken, ja. Und da fängst du ja schon an mit der ganzen Gehirnwäsche, wenn du so willst. Und deswegen, also ich bin ein totaler Patriot und das ist meine Heimat. Man muss halt, sag ich mal, clever vorgehen. Ja, jetzt hier zu sein und komplett gegen alles zu gehen, weiß ich nicht. Vielleicht macht es mehr Sinn, in sich erstmal tatsächlich zurückzuziehen und aus der Stärke raus zu agieren. Und wie gesagt, alle Vorbereitungen, die ich auch nach außen empfehle, sind immer so dieses Worst-Case-Szenario, weil ich auch nicht weiß, was kommt. Ich will es mir aber auch gar nicht manifestieren. Man weiß ja, dass es hier anfängt und dann zur Materie wird. Deswegen, wir müssen auch schon irgendwie positiv bleiben und zusammenhalten. Ja, ich meine, das passiert ja auch. Das passiert mega. Also es sind so krasse Sachen passiert. Ich könnte das alles, dass wir hier sitzen, dass hier Kameraleute sind und so. Das ist ja, hätte niemals passieren können ohne den krassen Zusammenhalt auch von Leuten. Das hat mich sehr krass überrascht, dass Deutsche auch so krass zusammenhalten. So von Deutschen hat man eigentlich immer so die Änderung, okay, wenn Deutsche in der Schlägerei sind, so während der deutsche Kumpel auf die Fresse kriegt, steht ein Deutscher daneben und zitiert das BGB. So nach dem Motto, hier, die würde das Menschen unertastbar. So kannst du mal bitte meinen Freund in Ruhe lassen. Aber jetzt in diesen Zeiten habe ich gemerkt, passieren echt krasse Sachen. So einer, irgendjemand kriegt eine Strafe, wird angezeigt, plötzlich macht jemand irgendwie Petitionen oder teils in seinem Kanal, hier Spendenkonto. Und ich finde es krass, dass die letzten zweieinhalb Jahre so einen heftigen Zusammenhalt auch gefordert haben. Also natürlich auch wirklich dieses krasse Gegeneinander auf der einen Seite, aber die, die da aktiv bekämpft wurden, die haben sich auch echt teilweise, habe ich das Gefühl, richtig zusammengerottet. Und deswegen lohnt es sich nochmal umso mehr, das, was du vorhin angesprochen hast mit den Eiern, einfach die Eier baumeln zu lassen, damit die Eierträger sich untereinander erkennen und sich auch gegenseitig helfen können. Also es ist so, gefühlt so wie, wenn man es positiv sehen will, wie so eine natürliche Selektion auslese. Ist wirklich so. Man erkennt ja jetzt auch das Wertegerüst des Einzelnen. Also wir haben ja, überleg mal, Väter und Mütter, die noch nicht mehr ihre eigenen Kinder schützen oder die letzten zwei Jahre geschützt haben. Und die jetzt sagen, ich hänge mir jetzt mal hier den Teppich raus, rot, äh Quatsch, rot, sag ich mal, gelb-blau, das ist ganz schlimm da drüben und so weiter. Aber ihre eigenen Kinder haben sie nicht geschützt. Ja. Also das ist wirklich der Vorteil, wo ich gerade sage, man erkennt relativ schnell, ja, woran bin ich, ja, oder wer bist du? Ja. Und ich sage ganz ehrlich, ich meine, ich glaube, es hat jeden irgendwo betroffen, im Freundeskreis, Familienkreis, ich bin davon auch nicht verschont geblieben, dass man jetzt sagt, also zukünftig weiß ich, mit wem ich überhaupt noch will. Ja. Also das hat dann nichts mehr mit Blutslinie oder jahrelange Freundschaft teilweise zu tun, sondern jetzt, jetzt war doch die Zeit zu sagen, wie stehe mein Mann, mein Weib, was auch immer und behandle nach wahren, richtigen Werten. Ja. Und das hat die Zeit schon offenbart, muss man sagen, das ist ein Riesenvorteil definitiv, ja, dass das halt vergleichsweise so wenige sind tatsächlich, das ist natürlich irgendwo erschreckend, aber, ja, aber die finden sich. Ja, das hat mir auch manchmal so immer wieder krasse Flashbacks gegeben, zum Beispiel, manchmal habe ich echt das so, ich laufe durch die Straßen und ich gucke dann da und seit dieser ganzen Zeit, ich laufe halt rum und ich denke mir dann so irgendwie, ich weiß jetzt, dass 80 Prozent von euch sind nicht anwesend, das ist halt irgendwie krass. Also das ist halt wirklich so, ich habe das Gefühl, ich sehe extrem viele Menschen, aber es ist wie, als würde ich durch eine Geisterstadt laufen, weil ich das Gefühl habe, bei 80 Prozent, da ist keiner wirklich anwesend, da ist ein Reiz, da ist irgendwie so eine Maschine, die du halt echt einfach, wo du irgendwas reingibst und die dementsprechend handelt. Zum Beispiel, dass mir Antisemitismus vorgeworfen wurde, weil ich diese, weil ich diese Dritte-Reich-Vergleiche gemacht habe, ja, wo mir dann gesagt, das ist Holocaust-Fahren. Ich wusste, dass das passiert, ich wusste genau, dass das passieren wird und das fand ich, und als das wirklich passiert ist, war ich weder, aber ich war ein bisschen traurig, weil ich mir dachte, das ist so schade, dass ihr, es ist so schade, dass ihr so kalkulierbar agiert. Das ist so schade, dass ich genau weiß, dass wenn ich das sage, dass ihr das macht, weil das zeigt, dass da kein Mensch sitzt, mit dem ich wirklich zu tun habe, sondern da sitzt einfach, da sitzt eine Ideologie, da sitzt ein Programm und je nachdem, was ich für eine Taste drücke, geht hier der Arm hoch. Also, es ist ja auch die Frage, wie man Menschlichkeit definiert. Also, für mich ist das, sag ich mal, programmierte Biomasse. Es ist wirklich so. Und auch ohne Wertung, weil es ist ja teilweise so, wir sind ja gerade hier in unserer Heimat die letzten 70 Jahre irgendwo, das ist ja auch ein großer Plan gewesen, uns so zu zermürben, wo wir jetzt gerade auch stehen, irgendwo. Aber wenn man halt einfach mal überlegt, was macht ein Menschen aus, also was macht Menschlichkeit aus, das ist halt nicht mehr so viel anwesend hier, definitiv. Ja, schade auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was die Lösung dafür ist. Ich weiß nicht, ob es das bringt, den Leuten alle mal. Ich habe immer diese Hippie-Fantasien, dass es was bringen würde, den Leuten alle mal einfach so, dass es in der Schule vielleicht irgendwann ein Modul gibt, dass man freiwillig wählen kann, ab 18 oder so, dass man einfach eine LSD-Session mit einem Schamanen oder Therapeut macht, um denen einfach mal ihre Leitungen frei zu sprengen. Hast du schon sowas? Hab ich froh genommen? Ja. Ich oute mich jetzt. Ich habe meine Schwester in Amsterdam gewohnt, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, klar. Das heißt, da gab es hier in Daman Keks, aber wirklich selten, muss ich sagen. Und ich, also ich hatte letztens ein Live, das war in Südafrika, wo er gesagt hat, ja, ey, von dir hätte ich nicht gedacht, dass du ein Joint raust. Das war Räucher. Ich habe so Räuchergeschichten zu Hause. Das heißt, ich räuche quasi zu Hause oder auch um mich herum. Das heißt, so ein bisschen altes Ritual. Sag ich mal, es geht Richtung Veden. Aber dass ich jetzt regelmäßig, also das ist regelmäßig, stimmt nicht. Also nein, eher nicht. Nee, 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 so wirkst du auch gar nicht. Aber worauf ich Bock hätte, wäre halt, deswegen freue ich mich auch schon, wenn wir Richtung Lateinamerika gehen, mal so Ayahuasca-Geschichten oder Pilze in Südafrika, hätte es gegeben. Das haben wir eine Zeit nicht mehr geschafft. Weil auch da wichtig ist, dass wir in allen Bereichen halt offener werden, irgendwie grundsätzlich. Aber ja, tatsächlich muss ich dich heute Abend enttäuschen, das werden wir nicht machen. Nee, nee, ich hatte es auch heute Abend nicht vor. Ich habe es schon längst genommen, von daher alles gut. Und generell hast du, ich habe das Gefühl, du bist so, und das habe ich generell das Gefühl bei vielen Leuten, die jetzt alternativ unterwegs sind, die das alles kritisch sehen, was passiert ist und so, dass sie oft eine spirituelle Komponente haben auf irgendeiner Form. Selbst wenn sie es nicht so krass leben, aber sie sind oft offen dafür, dass das, was sie sehen und fühlen und riechen, nicht unbedingt das Einzige ist, was da ist. Und ja, dass sie sich irgendwie mit sich selbst beschäftigen, Selbstreflexion betreiben. Gibt es irgendwas, was du für dich machst? Ja, also ich sage mal, Überbegriff wäre jetzt Meditation als Beispiel. Ich habe natürlich so eine Guten-Morgen-Routine, wo es dann erstmal darum geht, sich im Endeffekt zu verbinden irgendwo. Also mit dem da oben, mit dem hier unten. Ich sage mal, was ist ja auch eigentlich logisch. Was ist das Bindeglied zwischen Himmel und Erde? Das sind wir. Also das muss da irgendwas geben zwischen Himmel und Erde und das sind im Endeffekt wir. Und da gibt es so viele, sage ich mal, Richtungen, die mir gehen kann. Ich gehe da so ein bisschen zurück zum Thema Ahnen, Weden. Also wie hat man ganz, ganz früher gelebt? Was war da wichtig? Ja, aber wenn du mich vor, sage ich mal, fünf bis zehn Jahren gesehen hättest, alter, komplett im System drin. Also ich meine, hallo, Deutsche Bank, gebraucht dir nichts zu erzählen. Na klar. Aber schon immer irgendwie das Gefühl gehabt, entweder bin ich auf einem falschen Planeten oder, also es war schon irgendwie das Gefühl immer da. Und das haben viele. Auch als Feedback von den Leuten, mit denen ich telefoniere, die sagen, ich habe das schon immer irgendwie gespürt. Ich konnte es nie in Worte fassen, weil man kann manchmal auch nicht oder man muss auch nicht immer alles in Worte fassen, sondern es geht nicht darum, das mit dem Verstand zu verstehen, sondern einfach zu begreifen irgendwo. Und ja, jetzt habe ich natürlich, sage ich mal, elegant nicht auf die Frage geantwortet, aber ja, es geht schon Richtung, ja, wie soll ich sagen, es gibt ja diese verschiedenen Wellen, Alpha-Wellen, Theta-Healing und so weiter. Also irgendwie ist alles irgendwie dasselbe. Ich bin aber noch auf der Suche, muss ich sagen. Aber prinzipiell geht es schon, wie soll ich sagen, mehr nach innen als nach außen. Ja, vielleicht finden wir heute Abend beim Holotropen-Atmen noch eine weitere Komponente. Die Story, ich habe es ja vorhin draufgesprochen. Also es ist unfassbar, es gibt keine Zufälle, weil ich habe es gestern das erste Mal, ich mache so kommerzrechtlich einiges, also wie kann man das System verstehen, wie kann man dagegen angehen und so weiter. Und da kam diese Überschrift gestern. Und wie war die Überschrift? Holotrop. Holotrop wie? Holotrophie. Genau. Also Gesamtheit. Zur Ganzheit hin. Genau, zur Ganzheit hin. Zur Ganzheit hin. Ja, es gibt ja die Holistik, wo dann auch so ein bisschen Irrwege ist und es gibt dieses Gesamtheitliche, also auch jemanden gesamtheitlich zu sehen oder das Ganze auch überhaupt gesamtheitlich zu betrachten. Das war gestern Thema und heute kommst du mit, wir machen das. Das ist schon ein Riesenzufall, ne? Ja, genau, weil genau für die, die jetzt gar nicht wissen, worum es geht. Genau, ich habe ihm vorgeschlagen, ob wir nicht heute zum Holotropen atmen möchten, da er hier zu Besuch in Berlin ist und ich jemanden kenne, der es mittwochs anbietet. Und du hast halt gestern dann diesen Begriff überhaupt das erste Mal gehört und ich habe es dir dann heute vorgeschlagen, dass wir da hingehen, also direkt an zwei Tagen aufeinander, was mal wieder echt ein wunderschönes Beispiel für Synchronicität ist. Und ja, Holotropes atmen, finde ich auch mega, finde ich wieder geil, dass der Podcast einfach erstmal dieses Hardcore-Business-Aspekt und jetzt hier bei Holotropen atmen angelandet sind. Holotropes atmen ist, wie man schon sagt, zur Ganzheit hin, darum geht es. Und das hat der Stanislav Krof, das ist ein tschechischer Psychiater, entdeckt, würde ich sagen. Und das war einer der ersten Therapeuten, der damals mit LSD gearbeitet hat an seinen Klienten. Und der hatte halt eine extrem hohe Heilrate bei Alkoholikern, bei psychisch Kranken, bei allen möglichen psychischen Konditionen und dann wurde es halt irgendwann verboten und er durfte damit auch nicht mehr arbeiten. Also auch für die weitere Forschung war es erstmal verboten, nachdem die CIA da erstmal schön läuten. Das ist das Krasse und ich finde, das spricht echt, also ich verstehe nicht, wie Leute nicht an Verschwörungstheorien glauben können. Also es sind eigentlich Verschwörungsleugner, wenn man sieht, dass wirklich die CIA, und das kannst du sogar auf fucking Wikipedia nachlesen, und wenn es auf Wikipedia steht. Und Wikipedia ist wirklich so, die sind wirklich schon so richtig im System eigentlich. Und sogar auf Wikipedia steht das drin, dass die CIA hat damals Versuche gemacht und hat Leuten LSD gegeben, ohne es denen zu sagen, weil sie gucken wollte, ob sie Leute ein bisschen für den Krieg als Kriegsmaschinen abrichten kann. Das ist kein Witz, das könnt ihr nachlesen, das ist bestätigt. Und genau, jedenfalls, es wurde dann irgendwann verboten, LSD, und er hat dann halt geguckt, okay, wie bringe ich Leute trotzdem in einen vertieften Zustand, in dem sie eine ganzheitliche Erfahrung machen, in dem sie offen sind und gewisse Aspekte in sich kennenlernen und konfrontieren können. Und ja, was er dann halt beobachtet hat, ist, dass bei total vielen schamanischen Traditionen, sei es jetzt bei den Maasai, wo sie tanzen oder bei irgendwelchen schamanischen Ritualen, dass sie oft ganz intensiv atmen. Ja, dass die dabei in eine ziemlich lange krasse Atmung reinkommen. Wim Hof mäßig so. Genau, wie Wim Hof, nur mit dem Unterschied, das Wim Hof geht halt wirklich irgendwie, da machst du 40 Atemzüge und dann ist fertig. Beim holotropen Atmen machst du 100 bis 120 Minuten am Stück. Ich sehe, du schwanzt schon, was dir heute Abend noch vorsteht. Ich habe heute Abend doch was verloren. Und, oh, ich merke, das kickt jetzt schon so die Fresse. Und das Krasse ist, oh shit, ja, okay, ich habe es lange nicht mehr gemacht, ich merke, das donnert schon bei drei Atemzügen rein. Und es läuft halt laute Musik und du hast halt eine Gesichtsmaske auf, dass du auch nicht ziehst. Und es läuft laute Musik und du machst halt wirklich 100 bis 120 Minuten in dem Tempo und der Kraft Atmen. Und das klingt erstmal furchtbar und du denkst dir so, oh mein Gott, ist das nicht total ungesund? Die Trommeln wahrscheinlich, du machst einfach mit dann. Irgendwann ist es automatisch, es läuft weiter. Du kommst in eine Trance rein und es hört normalerweise irgendwann auf, anstrengend zu sein. Am Anfang ist es noch so ein bisschen pain in the ass, aber irgendwann merkst du so, okay, irgendwann feuert die Energie durch und dann atmet dein Körper von selber einfach weiter. Und ja, kannst du dir ja vorstellen, wenn du das wirklich irgendwie 100, 120 Minuten machst. Ich merke das schon bei Wim Hof, mache ich morgens dann nach 40, dann macht es auch schon ein bisschen hier. Ja. Aber schon natürlich, hey Flo, was hast du eigentlich in Berlin gemacht? Ich habe geatmet. Ich war ein bisschen atmen. Nee, wirklich. Und das feuert wirklich durch. Und ich merke, ich habe das mittlerweile bestimmt 40, 50 Mal gemacht. Und ja, ich merke halt immer dann in diesem Zustand, damals kamen oft irgendwelche unterdrückten Sachen hoch. Also plötzlich liege ich da und fange an zu flennen. Plötzlich kommen echt heftige Sachen hoch. Oder ich komme in eine totale Entgrenzungserfahrung hinein. Oder beides. Also erst flenne ich mir die Seele aus dem Leib und dann irgendwann... Also wir sehen uns heute das erste Mal, das weißt du. Stimmt, das ist eh das Geilste, dass wir uns heute zum ersten Mal treffen. Wir gehen direkt atmen. Aber tatsächlich, ich habe auch schon mal ein Mädel zum Date mitgenommen, zum holotropen Atmen. Zum ersten Date. Zum ersten Date, ja. Allererstes Date dann mitgenommen zum holotropen Atmen. Und ja, war auf jeden Fall ein Gamechanger. Seitdem habe ich meine ersten Dates dann immer Mittwochabend beim... Tatsächlich hatte ich glaube ich zwei oder drei Dates dann beim holotropen Atmen. Weil das ist was, da nimmst du eine... Egal wie du da mitnimmst, Frau, Mann, scheißegal. Das ist einfach eine extrem neue Erfahrung. Und etwas, was die Leute dann auch mit dir verbinden. Natürlich direkt in so eine krasse Tiefe abzutauchen. Und ja, kann ich empfehlen. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich auch. Ja, was könnte man noch anschneiden? Hast du gerade mal was am Kopf? Ja, also ich sage mal, was ich halt merke ist tatsächlich, dass... Wie soll ich sagen? Das ist ja jetzt die letzten zwei Jahre so einschneidend gewesen, das wird ja noch jahrelang nachhalten. Also ich merke einfach, gerade mit den Anrufen, die ich mache, wie viele Leute da einfach in die Verzweiflung gehen. Also wenn Ehen gehen auseinander, Freundschaften, ja, die Halten gehen auseinander. Und ich denke, keine Ahnung, wie das jetzt hier normalerweise läuft, aber dass man vielleicht einfach auch eine Botschaft raushaut und sagt, Mensch, das ist trotzdem alles, was gut ist. Also es hat einen Sinn dahinter, einen größeren irgendwo. Und das ist halt wichtig einfach. Wie gesagt, das, was wir gerade schon besprochen haben, dass sich die Richtigen auch finden. Oder dass die Zeit hier dazu dient, einfach auch, ja, alles irgendwo zu hinterfragen. Weil, um ganz ehrlich zu sein, so wie wir es jetzt hatten, es konnte so nicht weitergehen. Oder das kann nicht sein, dass es weitergeht. Und das Problem ist, und da bin ich ganz weit vorne dabei, Geduld ist nicht mein Freund. Das heißt, am liebsten, weißt du, lieber wäre es mir, es gäbe einen Schlag und alles ist dann irgendwie geklärt. Man kann wieder was aufbauen. Ich habe leider die Befürchtung, dass sich das halt wie so ein Kaugummi noch ziehen wird. Ich glaube auch, es wird sich ziehen. Und ich sehe halt aber auch, wie du es angeschnitten hast, diese extrem positiven Aspekte von, ich kriege plötzlich Einladungen in alle Herren Länder und irgendwie es gibt Communities und Leute finden sich auch wirklich zusammen und sagen, okay, weißt du was, wir bauen hier was komplett Neues auf. Und ich bin mittlerweile auch in dem Punkt, wo ich sage, ich glaube, der Weg ist nicht zu versuchen, das bestehende System irgendwie zu verändern, weil ich glaube, das funktioniert nicht. Dafür ist das bestehende System in sich zu mächtig, also die Machtstruktur. Also ich glaube, wenn du die Welt verändern wirst, wirst du es nicht machen, indem du jetzt Politiker wirst und dann hoffst, bis du gewählt wirst, um dann irgendwelche Reformen auf den Weg zu bringen. Ich glaube, das kannst du vergessen. Ich glaube, was halt wirklich der einzige Weg ist, komplett am System vorbei und ein komplett neues System aufbauen. Es ist halt, wenn du so willst, es ist ein niedrig schwingendes System oder die Frequenz vom System ist eigentlich sehr, sehr niedrig und alle, die jetzt höher schwingen oder Bewusstseinserweiterung haben, das kann ja nicht mehr passen. Das wird auch nicht mehr so sein. Also ich kenne jetzt auch nicht genau den Plan, wie es genau laufen wird, aber entweder wird es eine Parallelgesellschaft geben oder es wird so sein, dass was übergestellt wird, aber aus etwas Kranken etwas irgendwie Gutes zu machen, das sehe ich halt auch nicht. Also es ist einfach tatsächlich auch eine energetische Frage und wie gesagt, da tut sich einiges. Und das ist nicht aufzuhalten aus meiner Sicht. Ja, ich denke auch, die Frage ist halt nur, wie krass effektiv das auch bekämpft wird, weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel so Shanghai angucke, ich denke mir, du kannst, also ich stelle mir vor, du kannst sehr, sehr alternativ sein oder wer weiß, vielleicht gab es auch in Shanghai, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, was da abgegeht und was da wahrscheinlich immer, ich weiß nicht, ob es gerade immer noch ist, auf jeden Fall komplette, also wirklich. Ich habe einen Mandanten da, mit dem habe ich immer Zoom. Ach du Scheiße. Und er sagt, er hat noch Glück, weil er hat einen kleinen Garten, das ist ja dann schon ein bisschen der Ausnahme in Shanghai und er sagt, die dürfen nicht raus halt. Genau, die dürfen einfach nicht raus. Krass und dann kommt halt eine Drohne und sagt, du hast dir das Fenster gekippt, hast du es noch? Ja, ja. Jo, das ist dann schon spannend. Genau, da frage ich mich halt, wenn, also ich hoffe natürlich, dass es nicht hierher kommt, aber wenn sowas echt dann angefangen wird, also ich wette, dass wir hier in fünf, sechs Jahren die ersten Drohnen vielleicht schon früher rumlaufen haben und ob die jetzt dann Corona-Maßnahmen haben oder irgendwelche neuen Transgender-Maßnahmen irgendwie, dass du irgendwie so irgendwie Ärger kriegst, weil du noch einen Pimmel hast oder umgekehrt, dann, ja, wer weiß. Aber, ja, dann frage ich mich, okay, wenn die solche technische Überlegenheit haben, wie wird dann eine alternative Community aussehen? Wie wird dann Widerstand oder eine alternative Community aussehen? Wie kann die an diesem System vorbeileben, wenn es so eine Macht hat? Ja, krass, also krass gute Frage. Ich glaube, wenn man etwas bekämpft, dann ist es ja auch energetisch, dass man auch Aufmerksamkeit schenkt. Also eigentlich müssten wir es ignorieren. Wir müssten einfach alles, und zwar 24-7, das heißt, es geht nicht darum, montags zu sagen, Freiheit, Friede und am Dienstag dann morgens einen Test zu machen, sich am besten noch den Lappen aufzuziehen und die Steuererklärung zu machen, sondern das ist halt noch ein Prozess. Und deswegen glaube ich persönlich, dass das wahrscheinlich noch ein bisschen dauern wird. Normalerweise müssten wir es ignorieren, also keine Aufmerksamkeit schenken. Und wenn das eine gewisse Schwungmasse macht, dann haben die ein Problem. Man hat ja jetzt schon im Kleinen, manche haben jetzt schon keine GZ mehr gezahlt, auf einmal kam dann, oh, da fehlen die Kasse und so weiter. Geil, dass du sagst, gibt es da tatsächlich eine Möglichkeit, da vorbeizukommen? Ja. Also, auch wieder total individuell, aber das Entscheidende ist das eigene Bewusstsein. Es bringt nichts, wenn ich jetzt sage, guck mal, ich habe hier ein Schreiben vorgefertigt, setze mal deinen Namen ein und dann schreibe man, dann funktioniert das bei dir so, wie es bei mir funktioniert. Sondern du musst dich damit beschäftigen, es muss deine Energie tragen sozusagen und du musst da voll dahinterstehen und du musst auch wirklich der Überzeugung sein, dass es nicht gerechtfertigt ist. Ich meine, das wissen wir jetzt, dass es nicht gerechtfertigt ist, aber es gibt halt viele, die machen es sich einfach. Das sage ich mal, die gucken dann halt im Telegram und sagen, oh cool, da gibt es ein Muster schreiben, das nehme ich jetzt. Und dann schreiben sie als Kommentar in Telegram rein, ey, die haben jetzt nochmal was draufgeschlagen, 2,50 Mark für hier Porto oder sowas. Du hast doch gesagt, das funktioniert. Das muss deine eigene Energie tragen. Und da gibt es unzählige Möglichkeiten im Kommerzrecht, da nennt sich das, habe ich übrigens auch bei mir drin, also wo ich sage, mit sowas kann man ja mal anfangen, weißt du? Es ist ja auch nicht so, dass du, keine Ahnung, direkt vom Fünfer einen Köpfer gemacht hast, sondern du bist erstmal ins Nichtschwimmer rein oder hast Schwimmflügel an, hast gesagt, ja, so fühlt sich Wasser an, jetzt ziehe ich mal den Schwimmflügel aus, oh scheiße, Wasser geschluckt, wieder an. Und so ist es in allen, ja. Und man kann nicht von 0 auf 100 direkt gehen, aber GZ zum Beispiel ist doch immer geil, das ist ein kleiner Ansatz. Da passiert nicht viel in der Regel und damit kann man schon mal üben, aber jeder für sich. Und das Problem ist das jetzt, jetzt haben wir hier 28 Grad in Berlin, oh, alles geschmeidig, es wird schon wieder, das ist das Problem. Also Zucker, Brot und Peitsche. Und wir müssten eigentlich jetzt wieder oder müssten ständig im Widerstand sein, aber nicht auf der Straße, weil es bringt gerade gar nichts. Was haben denn die ganzen Sachen wirklich gebracht? Ich finde das gut zum Verletzen und so weiter. Brauchen wir gar nicht drüber reden, ich bin auch dabei. Also wenn ich dabei bin, hast du das Video gesehen? Na klar. Da kam gerade Grün-Weiß-Wiesbaden, hat mich rausgezogen mit der Maske. Ist halt so. Ja, aber im Endeffekt in allen Bereichen halt im Widerstand gehen. Und ja, da fehlt aber wie gesagt die Schwungmasse. Und das ist hier in Deutschland am schlimmsten. In anderen Ländern, in Afrika, wie gesagt, wo ich war, oder in Lateinamerika, da gibt es Verordnungen und Gedöns, aber... Keines auch hält sich dran. Nicht wirklich. Weil nicht mal wahrscheinlich die Leute, die das verhängen, sich... Na gut, das tun sie hier auch nicht natürlich. Es gibt auch da Ausnahmen sicherlich, ja. Aber wie gesagt, es ist vielleicht eine Mentalitäts- oder Erziehungssache. Ja, aber deswegen glaube ich, dass sich das noch ein bisschen ziehen wird. Das finde ich schön, dass du es gerade irgendwie nochmal so ein bisschen, ja, nochmal so betonst, dass wir eigentlich jetzt erst recht auch weiterhin so ein bisschen wach bleiben müssen und aufpassen, weil ich merke, ich bin zwar selber auch in dem Modus, dass ich mich... Ich meine, Stressen bringt sich generell nicht, ne. So, ich war jetzt irgendwie ständig am See die letzten Tage und viel draußen und so. Sieht man vielleicht, ich bin extrem sexy gebräunt und so. Gute Aussage. Naja. Aber es ist so, wie du sagst, man hat die Tendenz vielleicht so ein bisschen gerade nicht den... Ich will das nicht übersteigern, aber doch auch den Ernst zu sehen der ganzen Situation, dessen, was da halt auch versucht und auf den Weg gebracht wird. Und das vielleicht einfach so ein bisschen zu sagen, ach, jetzt ist erst mal Sommer, ich kümmere mich gar nicht um den ganzen Scheiß und dann... Aber du stehst ja dann im Herbst wieder vor demselben Problem im Endeffekt. Also es ist schon wichtig, auch Energie zu sammeln oder auch... Ich meine, wer sagt denn, dass in die Natur gehen ist auch Widerstand? Weil im Endeffekt ist ja das, was sie nicht wollen. Die häusen unsere Wälder ab. Im Endeffekt ist es gut, barfuß durch den Wald zu laufen, sich zu verbinden, wieder mal klar zu werden. Und das gibt ja einem auch Energie, wenn man dann wieder zurückkommt und sagt, okay, jetzt kann ich, man wird da mal klarer. Auch das ist eine Art von Widerstand. Es bringt keinem was. Das war bei mir 2020, muss ich ganz offen gestehen, der Fall. Da hatte ich Augengrinde, da hättest du Blumen einpflanzen können. Da war es wirklich so, dass auch meine Mutter oder meine Frau gesagt haben, ey, jetzt mach mal Piano. Du kannst jetzt nicht in ein paar Monaten 100 Jahre irgendwie aufarbeiten oder sowas. Man muss dann natürlich auch die Auszeit nehmen. Und da trägt man sich dann gegenseitig. Dann ist der andere mehr am Start da. Der andere muss sich ein bisschen zurücknehmen. Das ist aber auch schon wichtig, da wieder in die Kraft zu kommen. Aber dennoch klar zu sein, ey, das ist hier ein Scheiß vorbei. Das geht jetzt richtig los. Und das ist ein Punkt, das muss halt ins Bewusstsein rein. Geil. Wie findet man dich nochmal? Finden? Wie findet man dich online? Online. Also du kannst jetzt in Instagram Florian-Arnoldson, also wie Arnold der Vorname S-O-N und Telegram genauso. Und da sind halt wieder Verlinkungen drin zu Thema Homepage, wenn jemand sagt, ey, ich hab keinen Bock mehr hier die zu füttern. Ich würde gerne irgendwie Lösungen sehen. Oder was mache ich jetzt mit meinem Bankguthaben oder mit Bargeld oder was auch immer. Und da ist es jetzt inzwischen, muss ich sagen, so strukturiert. Weil am Anfang, wie gesagt, für mich ist das klar, dass das so ist. Aber viele Leute sagen, ey, wie kann man das machen? Das ist jetzt so strukturiert, dass es da so eine Art Leitfaden gibt. Es gibt auch ein, zwei Videokurse, wo die Leute sagen können, okay, jetzt habe ich halt eine Anleitung, wie es funktioniert. In dem Bereich ist es auch wichtig, weil wie gesagt, gerade beim Thema Finanzen sehe ich jetzt wenig Alternativen, wenn es um die Sicherung geht. Und da ist auch mal ein wichtiger Punkt, die Anonymität. Weil es bringt auch nichts. Beim Edelmetalle war es ja so, wir durften ja mal 20.000 anonym kaufen, dann 15, dann 10. Jetzt sind es 1999. Also auch das war gewollt. Und da gibt es natürlich auch Möglichkeiten zu sagen, wie kann ich vielleicht diese Sache umgehen? Weil es bringt auch nichts, wenn du jetzt vom Konto umbuchst auf Edelmetalle. Und irgendwann gibt es ein Vermögensregister und dann sagen die, ey, vielen Dank dafür. Wir nehmen auch Gold, gar kein Thema. Das ist Ordnung. Von daher muss man auch da sich clever verhalten. Und da, wie gesagt, Instagram ist natürlich bei mir mal so, mal so. Also Follower werden da auch wegrationalisiert oder Storys werden nicht mehr angezeigt. Also da am besten mal einfach abonnieren und Telegram ähnlich. Also da reingucken, da bin ich eigentlich so täglich mit Infos am Start. Und da gibt es auch immer Querverweise zu anderen Kanälen, weil klar, das ist so ein bisschen mein Bereich. Aber wie gesagt, da gibt es ja auch andere Möglichkeiten und das ist eine gute Vernetzung auf jeden Fall. Super. Gibt es auch viel Mist, muss man sagen. Aber wichtig ist, dass man sich auch da vernetzt. Also da gerne. Super. Das heißt, man kann sich da auch für Gespräche anfragen. Es gibt da Kontaktformular, Beratungsgeschichten und so weiter. Da klickt man nur drauf. Es nennt sich Affiliate, habe ich gelernt. Ich bin da komplett. Okay. Habe da Gott sei Dank jemanden, der den ganzen Kram für mich programmiert hat. Dann kommst du auf so eine Page, wo du dich dann eintragen kannst. Dann rufe ich zurück. Oder es wird, sage ich mal, eine E-Mail geschickt mit Grundinformationen. Und man sagt, das kann ich jetzt erst mal machen. Weil, wie gesagt, jeder hat eine andere Ausgangssituation. Ich habe die alleinerzählende Mama, die nicht weiß, wie es über die Runden hier schon kommt. Weil jetzt kostet halt der Aldi mehr. Wo kann ich hin ins Ausland? Habe aber auch den Multiunternehmer, der sagt, ey, pass mal auf, wir müssen hier eine Struktur aufbauen. Also das ist so die Spanne, die wir gerade haben. Komplett durch die Gesellschaft durch. Gibt es überhaupt, in Anführungszeichen, Hoffnung, klingt jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch, aber gibt es überhaupt, wenn du jetzt sagst, wirklich da ist irgendwie eine Mama, die bei Aldi an der Kasse arbeitet, kann die echt irgendwas machen eigentlich groß? Weil die ist ja wirklich in einer ganz schönen krassen Zange drin. Naja, es ist halt immer im Endeffekt das eigene Bewusstsein und die eigene Entscheidung. Ja, also in Deutschland ist es ja so, ich muss Geld verdienen. Ja. Stimmt, hier auf jeden Fall. Woanders wahrscheinlich auch. Aber es ist einfach auch, wie gesagt, ein energetischer Prozess zu sagen, ich mache jetzt den Schritt, bevor die mich jetzt irgendwie hier pieksen oder keine Ahnung was, kündige ich. Das hat eine ganz andere Energie, als wenn ich dazu gedrängt werde. So, und da gibt es zum Beispiel, ich arbeite mit Nina Noma zusammen, die heißt das, die hat sich rein spezialisiert auf Alleinerziehende mit Kindern im Ausland low-budget mäßig auszuwandern. Da gibt es auch Möglichkeiten. Natürlich hast du nicht für alles gleich eine Lösung, es ist ein Prozess dann auch. Aber natürlich, wenn du jetzt, sag ich mal, 2,50 Mark auf dem Konto hast und du bist auf jeden Cent angewiesen, ist es schwieriger definitiv, muss man ganz klar sagen. Aber auch da ist es wichtig, ich habe das schon so oft gehabt, auch da war so eine ähnliche Situation, die gesagt hat, das geht nicht, ich kann das nicht und so weiter. Und die haben halt, was weiß ich, 700 Euro gefehlt. Ah ja, das war ja kein Thema, dann haben die das halt von uns, von der Gemeinschaft bekommen. Dann war der erst mal geholfen und andersrum kommt irgendwann wieder was zurück. Da gibt es schon viele Möglichkeiten. Und die Gemeinschaft, ja, und dafür ist Telegram gut, es ist nicht nur Angstporno, sondern da sind auch wirklich gute Kanäle drin. Also meiner ist top zum Beispiel. Ja, klasse. Da wird dann auch wirklich mal geholfen. Und dann, wie gesagt, es kommt, nochmal, es ist wirklich wichtig, dass wir hier zusammenstehen in der Zeit. Finde ich geil, dass du gerade Angstporno sagst, weil ich habe mich auch komplett rausgehalten mittlerweile aus diesen ganzen, so ich war eine Weile drin, habe mir so ein paar Telegram-Kanäle immer wieder angeguckt und irgendwann war ich raus, weil ich habe mir gedacht, okay, das war teilweise, finde ich, genau so nervig wie das, was im Fernsehen kommt. Wenn die Leute die ganze Zeit, oh, alles ist so schlimm und was plant die WHO als nächstes und du bist so da und denkst dir so, ey Bro, ich wollte gerade eigentlich einfach nur mein Leben leben. Selbe Frequenz. Ja, genau, es ist wirklich so, ich habe das Gefühl, es ist fast egal eigentlich, nicht komplett, aber es ist wirklich so, das ist wie du sagst, es ist echt eine Energie oder die Energie, die du in die Sache reingibst. Du kannst auch in den Widerstand eine Energie reingeben, aber eine total nervige und stressige und damit ist niemandem geholfen. Also es ist wie du sagst, die Leute ziehen sich in Angstporno rein, das ist dann halt die neue Bild, das ist dann halt so die Bild der Neuzeit, einfach nur so, die WHO und was hat Bill Gates als nächstes vor, so, ja. Ja, aber das sind auch teilweise dann die, die das konsumieren, die dann trotzdem noch brav, oh, ich muss zum Aldi und das, das bringt halt nichts. Also wenn, dann will ich halt Lösungsvorschläge, da gibt es genügend auch Kanäle, die dann sagen, pass mal auf, in jeglichem Bereich, wo dann ganz klare Möglichkeiten aufgezeigt werden. Und das ist wichtig, weil es bringt nichts, ja, wir wissen es jetzt, die sind nicht alle lieb da oben, die Politiker meinen es nicht alle gut mit uns und ja, Bill Gates ist da, hat da vielleicht was mit tun, jetzt brauche ich mir das 17. mal anhören, wir wissen es jetzt. Jetzt ist die Frage, wie gehe ich damit um? Und das kann jeder für sich entscheiden, wie gehe ich mit der ganzen Situation um? Ja, und man braucht nicht, wie ich dann, Augenränder des Todes, sondern ja, man kann da auch positiv durch die Zeit gehen. Und das finde ich halt gut an der Zeit, dass man dann einfach auch ein gewisses Feedback bekommt und sich einfach unterstützt. Super, geil. Ja, Florian, ey, für mich fühlt sich das gerade sehr rund an. Hast du noch irgendwas? Ja, wir gehen heute Abend atmen auf jeden Fall. Wir gehen heute Abend atmen, Leute. Nee, also tausend Dank, wie gesagt, ich finde es auch cool, vor allem kommen wir aus einer ähnlichen Ecke da, wie gesagt. Ja, beide die Hessen. Die Hessen, genau. Und ja, nee, tausend Dank, mir fällt nichts mehr Dummes ein. Mir fällt, ah, doch, jetzt fällt mir noch eine letzte Sache ein. Und zwar, du hast gesagt, du hast ja zehn Jahre lang bei der Deutschen Bank gearbeitet, richtig? Für die Bank, ja. Ja. Und war das wirklich, hast du schon, du hast schon vor Corona aufgehört da, ne? Ja, ja, ja. Genau. Und was war wirklich der ausschlaggebende Punkt bei dir, dass du sagst, ich bin da raus? Bei der Bank, die habe ich mir gefeuert. Die hat dich gefeuert? Also es ist ja so, wenn du was in dir drin hast, was systemaneckend ist, und das ist bei mir, meine Mutter sagt immer, du hast Ecken und Kanten, damit andere sich bei dir festhalten können. Finde ich ganz cool. Vielleicht war das auch ein Spruch, den sie geklaut hat. Ja, das finde ich aber gut, ja, bin gut. Genau. Rettet raus an deine Mom, an der Stelle. Ja, an der Stelle, die muss ich auch noch zurückrufen. Ich geh heute Abend atmen, keinen Drogen nehmen. Das ist ja so ein Punkt, das passiert einfach. Also man kann offiziell sagen, wir haben uns verglichen, sagen wir es mal so. Dann gab es noch eine Abfindung und so weiter, da war ich im nächsten System drin, da geht es um Versicherung und so weiter, da ist irgendwie dasselbe passiert. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, vielleicht passt du nicht da rein, wo du dich sehen willst. Also bei mir war es relativ einfach und das ist das Thema System. Ich bin groß geworden, mein, wenn du so willst, Stiefvater ist relativ früh verstorben. Und bei uns ging es, wenn du so willst, auch um das Thema Geld. Und dann war es so, ey, ich habe nicht irgendwie drüber nachgedacht zu studieren. Ich bin zur Deutschen Bank. Warum? Weil die die meiste Kohle gezahlt haben. Punkt. Und das war damals der Punkt. Dann noch Handball gespielt, wo ich gedacht habe, da läuft noch was und so weiter. Habt ihr erzählt mit Gellhausen alles. Und dann Schlüsselbeinbruch und auf einmal, okay, dann war es noch die Bankkarriere so. Und worauf will ich hinaus? Das hat aber nie richtig gepasst. Also ich war dann auch der Erste, der Surferfrisur hatte im Deutschen Bank Tower, wo dann der Regionalleiter gesagt hat, hat es draußen geregnet. Sag ich, nee, wieso? Wegen ihrer Frisur. Sag ich, was denn? Da musste ich mir die Locken abschneiden. Also früher war ich wirklich so, ja. Und irgendwann hast du gemerkt, du machst das, aber warum habe ich es gemacht? Ja, weil ich genauso, Entschuldigung, Hure war, wo ich gesagt habe, das Geld passt halt in dem Fall. Aber immer wieder angeeckt, im System sozusagen. Und als ich dann halt danach immer wieder gemerkt habe, wie das gebaut wird, auch im Versicherungsbereich. Ich meine, ich war da auch vorne dabei. Also heute sage ich den Leuten, löst euer Riechsterrennen auf jeden Fall auf. Ich habe die meisten verkauft. Ist so. Ja, weil klar, Anfang 20, brauche das Geld, bla bla. So, und du bist halt immer wieder angeeckt. Und irgendwann war es dann halt, wo ich gesagt habe, ich war aber schon selbstständig. Ich habe mich mit 20 selbstständig gemacht, für die Bank halt. Trotzdem angeeckt. Dann irgendwann im rechtlichen Bereich angeeckt. Sorgerechtstreit und so ein Kram, wo ich gesagt habe, hä? Was stimmt denn in dem System nicht? Ein Kind braucht eine Mutter und einen Vater. Was ist denn los? Ja, so war es doch immer. Und auf einmal sehen das andere kurzhaarige Frauen, die dann einen Hammer haben, sehen das irgendwie anders. Wo du denkst, was ist denn jetzt hier falsch gelaufen? Und du denkst, hier stimmt was im System nicht. Dann haben wir unsere Lieblingsfreunde Finanzamt, wo wir dann auch immer dann irgendwann sagen, okay, 50 Prozent an die volle Tür. Was geht es denn? Was ich damit sagen will, also es gab immer so kleine Anerkpunkte, wo du aber nicht gewusst hast, wie komme ich jetzt hier raus? Und irgendwann fuchst du dich dann halt rein und hast keinen Bock mehr. Und dann war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich melde mich jetzt hier ab. Und seitdem, das ist alles anders. Richtige Entscheidung auf jeden Fall. Ich weiß nicht mehr, wie die Frage war, aber ich habe auf jeden Fall ausführlich geantwortet. Genau, wie es kam, dass du aus der Bank raus bist. Ja, angeeckt, wenn du so willst. Also nie gepasst. Neid war ein großer Faktor, wenn du so willst. Mit Anfang 20 gut Geld verdient. Der Figialer, der hat damals die Schecks abstimmeln müssen. Der hat keine Ahnung was verdient. Ich habe auf jeden Fall dann mehr gehabt. Und das ist dann das Menschliche, die Gesellschaft. Die hat nie gepasst. Und ich habe nicht da so richtig reingepasst. Und auch da viele Freundschaften, wenn du so willst. Auch weil du halt noch so im System drin warst. Klingt irgendwie genau das, was mir gerade in der Comedy-Szene passiert. Wo ich dann einfach überall Hausverbot kriege. Oder jetzt habe ich ein paar Auftritte vor mir in verschiedenen Städten, weil ich gerade durch Deutschland toure. Und dann jetzt bei der einen Veranstaltung, die ich jetzt diese Woche habe, da hat mich der Bucker angerufen. Und hat gesagt, so hier, das Veranstaltungshaus hat ihn angerufen. Hat ihn gefragt, wer ist eigentlich Nikolai Binner? Wie kriege ich die ganze Zeit Anrufe, dass er da nicht auftreten darf und so. Die haben gefragt, ist der rechts? Und so. Und dann hat er denen einfach einen Nightwash-Auftritt von mir, wo ich das harmloseste Material geschickt habe. Und die haben sich das angeguckt und gesagt, wir können doch nichts erkennen. Wo ich mir halt auch denke, selbst wenn er ihnen die anderen Videos geschickt hat. Also wer halt glaubt, dass das irgendwie automatisch recht ist. Aber gut, brauchen wir drüber. Alles vertreten wir. Es wurde auch irgendwie alles schon gesagt. Ja, geil. Danke, dass du hier warst, Alter. Gerne. Danke für deine Offenheit und für die Tipps und einfach geile Sachen dabei gewesen. Wie gesagt, wer sich mit Florian Arnoldson connecten will, wir werden es jetzt garantiert auch einfach nochmal einblenden oder so. Es gibt Instagram, Telegram und dann noch eine Seite. Ja, aber das wird darüber dann... Wird darüber eh... Ja, wenn man das abonniert, dann kann man mich ja so Insta sowieso anschreiben und je nachdem, was da jemand braucht, kriegen wir das hin. Cool. Hey, dann danke für deinen Einsatz. Cool, dass ihr warst. Und ja, wir sehen uns dann wieder nächsten Sonntag. Bis dann. Namaste, bitch. Skrrr, skrrr. Und ja, wir sehen uns dann wieder. Vielen Dank.